So, wann kommen denn die großen Gorillas? Ach. Hm, der will irgendwie nicht. Bumm. Tschüss. Ah, ja, aber doch. Panzerfaust, man. Ah, da oben ist ein Dicker. Diesen kritisch. Nein! Hab ich nicht gesehen, scheiße. Vor allem, er hat ein Messer, das find ich auch gut. Ah, das Leben können wir gut gebrauchen. Ja. Cool. Ah. Den nehme ich mal lieber von der anderen Seite mit dem Kampfer. Weil ich will nicht riskieren, dass ich runterfalle. Fuh. Oh, nein. Das war dumm. Echo, das war dumm. Das war saudumm. Scheiße. Hü. Yeah, rumbo. Ich meine, rumbo. Scheiße. Schnell weg hier. Wie gesagt, ich find das Spiel voll genial. Hasta la vista, Baby. Ah, aber war doch great. Nicht den. Hm. Ah, nein, nein, nein. Hm. Wuh. Hm. Komm ich da von außen dran? Nein. Ja, von außen. Ja, ist klar. Somit können wir aber ihn hier befreien. Doch, Bruce. Schnell weg hier. Hm. Hü. Kalle. Na, darum schon wieder so ein Atze. Hm. Hm. Seine Spezialität sind... Flenngranaten. Yeah. Los, komm her. Boom. Schön, mit du und süß. Yeah. Dann müssen wir sehen. Macht's gut. So, wie lange spielen wir denn jetzt schon? Knapp 20 Minuten. Ich werde mal noch ein bisschen weitermachen. Das ist bloß halt, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Ah, ja, mal die mit dem... Oh. Panzerschutzdingens bedönt. Jack. Na, na, ich will hier hoch, hallo. Hier kommt der Mann in Blatt. Die Galaxie-Defender. Aha, aha. Yeah. Yeah. Ich bin echt mal auf... Wow. Auf die HD-Ber-Songespannt. Burn, motherfucker. Na, Dread. Den finde ich irgendwie doof. Ach, scheiße, zu früh. Ich glaube, der kann übelst hoch springen, habe ich das Gefühl, oder? Oh. Ich grab mich von unten durch. Malalalala, laalala, laalala. Los, komm rum. Yeah. Ich finde immer, dieses Yeah. Hm? Was? Scheiße. Ich kann mich hier ja treffen. Der Streut anscheinend so gescheuert. So, hau ab. Ach, manche... Ich wollte gerade sagen, manchmal ist die KI blöd, aber ich bin nicht besser. Hm. Die Leute, die jetzt was zu maulen haben, kann ich nur eins sagen. Macht's besser. Hinten, ich denke, der war voll bescheuert. An... Jetzt wird's aber wirklich kritisch hier. Als man wurde der Terminator. Der Rückstoß ist hart. Ja, wenn man natürlich hier, das ist die Bro-Fist, oder Bro-Gruß, oder wie auch immer das jetzt hieß, ich denke mal, wenn man jetzt zweites kann man sich hier irgendwie abklatschen, oder so was, keine Ahnung. Das wäre mal interessant zu wissen. Na. Bäh. verzeihung wie man hier sehen kann man startet immer willkürlich mit irgendeinem charakter man kann ihn nicht aussuchen ich weiß nicht ob das noch geändert wird man sich den charakter später doch ausrufen kann ach, müsste man da verloren das wäre eigentlich so das richtige spiel für den PewDiePie ich denke mal einige von euch die werden ihn wirklich kennen und das wäre eigentlich so das richtige spiel für den PewDiePie zu ihm war das richtig passend mit Bro und Brofist und Yo Bro und hoch, also runter so auf, ist es rein BAM, Simmer BAM, Simmer Oh, Scheiße Mach's gut, Scheiße Nicht so weit fliegen Ah Diese actiongeladene Musik, ey Nein Oh Scheiße Oh, das war's jetzt zu leben Fuck Ich Palme Kann doch Mach's gut Ich slotshole Ob wir Scheiße! Yeah! Den haben wir noch bekommen. Ah! Oh, das war knapp. Yeah! Das bist du einer, du kannst ja auch nix, oder? Okay, dumm. Dread. Wow. So, hier sind wir noch der Teufel! Bäm's! Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal so weit gespielt? Das passiert jetzt gerade gar nicht. Mal sehen, vielleicht schaffen wir uns so was durch. Das wäre natürlich auch lustig. Hm, doch noch nicht. Bäm. Bäm. Die können ja gar nix hier, die... Bäm. 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 Der explodiert nicht. Wow. Oh, das war knapp. Ja. Oh, das war knapp. Uh! die auch ins nächste level hatte hat er drückt sich automatisch sehr lustig mit aber die die kreis und manchmal komisch und und scheiße oder um es ist ganz schön und das bild hier gerade wackelt hat er mit neuen schulern tot als er mit seinen komischen granaten hier das ist echt so wie man hier sehen kann dieses kleine schwarze dingens hier da kommt einige gegner raus und wenn man den das wegnimmt fallen sie einfach nur so runter und sind tot so blöd sind die ich finde es blöd dass man nicht zwischen den charakteren überhaupt schalten kann nein vor allem mensch das wäre interessant wenn das eine vollversion auch wäre so ich denke mal die vollversion würde ich mir auf jeden fall zu alter das hier wird doch nicht ich auch ich 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 weiß es jetzt gar nicht. Ach blöd, scheiße. Verdammt! Na? Boah. Ach ja, schon mal doch scheiße. Alter, wo ist überhaupt der nächste Checkpoint? Da oben. Alter, hier muss man ja richtig vorsichtig sind jetzt. Ah, da ist ein Teufel, cool. Mach's gut! Bitch. Wie viele Level gibt es mal hier überhaupt? The last Mooks... Ach schon, wo ist das nächste Level jetzt? Also komplett hier, das andere war ja irgendwas mit Into Darkness oder so. Into Dark? Woah. 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 Ich weiß gar nicht, wie viele Levels hier überhaupt... Woah. Was war denn das gerade? Ich mach den der anderen da... Ach, ein... Ein Scout oder wie? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter! Wie kommt denn man da raus? Oh, Ruckel. Boah. Alter, wie soll ich denn das jetzt machen? Jetzt wird's schwer. Auf jeden Fall. Boah. Boah. Na? Schieß. Los. Boah, Alter, der Rückstoß, ey. Von dem Ding. So. Was steht denn noch? Hey, wieso ruckelt das auf einmal so? Was ist denn jetzt los? Festplatte kann doch gar nicht voll sind, das geht gar nicht. Weil das Spiel verbraucht übelst... Oh. Übelst wenig eine Aufnahme. Ja, m... Das da draußen, meine Damen und Herren, ist ein Motorrad. Klingt gleich komisch, ist aber so. Äh? Ah, Treffer. Cool. Scheiße. Höh. 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 Oh, darum ist der Teufel. In Person. So, nein, komm schon. Ich... Wieso geht das denn so? Hallo? Ich komm hier nicht hoch. Höh. 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 Okay. Hier werde ich jetzt dieses kleine Letzt-Test beenden. Ähm. Wie gesagt, zieht euch das Spiel selber. Spielt es. Es macht verdammt viel Spaß. Es macht irgendwie süchtig. Das ist wie Peggel oder keine Ahnung wer das von euch kennt. Das hat auch irgendwie so... Ah, da kann man nicht aufhören. Das... Ich weiß, ob das Spiel endlos ist. Ich hab keine Ahnung. Es macht tierisch viel Laune. Ähm. Unterstützt die Leute. Äh. Dieses kleine südafrikanische... Ich glaube südafrikanisch was. Äh. Indie... Ah, das ist laut gerade. Äh. Der Indie-Trupp, sag ich mal. Und ja. Broforce. Sieht es euch. Sieht es euch. Spielt es. Kauft euch vielleicht sogar nachher die volle Version. Sollte es kommen. Ich werd's ihn auf jeden Fall holen. Und ja. Dann werden wir mal sehen, was wir damit machen. Dann sag ich an dieser Stelle. Haut rein. Tschüssi. Tschüssi. Fahrt mich bis auf ein Auto. Und... Tschüssi. Yeah. Broforce. Schnapp. Bratsch. Ratsch. Schnapp. Schnapp. Ciao.